Wollen Sie auch outstrammen? Ne, ich installiere gerade noch, ja. Auf Platz 32 mit 5017, du kannst einen überholen, der hat 5034 Kills. So, jetzt musst du wenigstens so 20 Kills mit dem Panzerfirma. Du kommst auf Platz 31. Ah, kacke. Ich bin D6, Dora 6. Jetzt geht da was in der Luftspitfeuer. Ah, kacke. Und zwar in der Luftspitze. Und zwar in der Luftspitze. Und zwar in der Luftspitze. Vorderneben. Und zwar in der Luftspitze. Ehe, die Luftspitze. Und zwar in dem Luftspitze. Komm, fahr den Schürzel weg. Der steht direkt. Und schon. Oh. Wird zu da? Ich probier mal die Bode gehen So geht's jetzt oder? Ich probier mal die Bode gehen 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 Das kann's ja sein Du, Zelda A.A. ist auch irgendwo unterwegs Alter, was ist denn das? Wo denn ungefähr? Hm, okay Ja Ich hab voll auf den Pixer geschossen Ich will fragen, wo der Schuss eingegangen ist Wie ist denn das? Was hat denn das? Das ist ein Bilding von Brüttemberg Oh, da ist ein Brombo Das ist ein Bilding von Brüttemberg Das ist ein Bilding von Brüttemberg Das ist ein Bilding von Brüttemberg Siehst du den? Ja Mann ey Das ist ein Bilding von Brüttemberg Bei allem, dass man nach dem Schuss hier rutscht wie so blöd, also echt mal Das ist ein Bilding von Brüttemberg Das ist ein Bilding von Brüttemberg Das wäre ein Meter, oder? Das wäre ein Meter. Boah, ich kriege jetzt weiter mit einem Salat zu. Ich gehe jetzt mal hoch, die Fahrt ist auf. Ja, wahrscheinlich besser hier zu gehen, als ich. Sorry, ich habe es nicht bekommen. Ich habe es nicht bekommen. Ich habe es nicht bekommen. Alter, mein Rutsch. Das ist jedes Mal, wenn ich den Schuss habe. Das ist ziemlich cool. Also hier muss ich echt strecken. Wer hat denn da das? Das ist ja Chris. Der Firefly. Ne, das geht doch gar nicht. Ich bin da hinter der Wand. Geht denn so was? Ja, Firefly halt eben in die Seite. So ein Fatsch. Alter, du schießt den Firefly aus 150 Meter von der Seite durchgebrochen. Das ist leicht. Jetzt können wir mich mal mit in den Panzer, der hier ist. Ein bisschen drüber gekommen. Ja, das ist ein Brandcarrier. So ist die Autonomie. Von der Seite. Dass wir das so sind. Anf滑. Ja ich habe mal festgestellt, einen Co-Car ist nicht richtig ausbalanciert. Oder was hast du festgestellt? Oder was hast du festgestellt? Ich bin tatsächlich mit deinem Auto in der Seite. Es ist nicht richtig als Anfänger. Herzlichen Unglück uns! Ne, die Panzer, ne, die Luftwaffe ist überhaupt nicht ausbalanciert. Also ich sag mal, mit den Panzern ist es noch zu scharf, wenn die schlechter sind. Aber du hättest den Schirmen da noch umgefallen. Aber die Flugzeuge kriegst du kaum von mir. Keine Panzer bei dir verliebt. Keine. Eigentlich ist das Zug, das bei Cobra beim Fahren keine Flakke ist. Weil eigentlich würde man gerade auf dem Fahren Flakke stationieren. Ruhi, da kämpft er wohl auch ein Ball hin. Und dann werden wir die Karte in den Schirmen. Da ist der Karte, die Züge auszulpen. Da ist er mit der Züge auszulpen. Da ist er nicht ganz schön. Acht. Da ist er nicht ganz schön, dass das mit dem Fahren flakken. Da ist er nicht ganz schön. Aber das ist er nicht ganz schön. Die Züge auszulpen. Da hat ein Rund ist ein Rund. Ich bräuchte noch ein paar Minuten zu meiner Linie. Ah, Foxtrot 3. Vorher bestehen Krieger. Das ist der Kriegschick. Der steht eigentlich noch auf dem Feld an der Hecke. Wahrscheinlich hat er den Feld über den Patzl überall. Ich habe eine Ahnung, wo er steht. Ich glaube, er ist gewesen. Flugzeug fliegt Höhe Flag-Batterie. Wie liegt das hier bitte an? Alter, ey. Ich habe gerade schön im Cromwell in die Seite geschaut. Nee. Ich weiß nicht, was kriegst du nicht. Ich habe noch einen Airway gesehen. Ich vermisse das Ding. Schönst du ab. Oder? Ja. Das ist mir besser. Das ist mir besser. Nein. 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 Typhoon on Air. Genau. Ja. Ja. Aber es ist dir gefällt. Ja. Ja, egal. Ja. Na, lot. Ach, das sind die beiden die Schlimmsten. Ey, wie viel ich heute die Leute treffe und nichts passiert. Nicht mal ein Hilfspunkt. Und dieser Ficker da Reiser, der Penner, steht da, ist so rum und kennt der ja. Wir hätten jetzt hier die Commands reingehauen. Warum kommen jetzt auf einmal hier die ganzen Trittiglieder? Kommi! Kommi! Ciao! Tank! There is an enemy Tank somewhere. Oh ja. Up by the Hedgera, where I am now, there's bloody two Tanks. Get on! Get on! If you come in my direction, you should be able to get behind us. Ist das ein bisschen flach? Ja, ich hab gerade mit der AP den Schützen rausgeschossen. Ja, du bist wirklich... ...und jetzt in meinem Team. ...und jetzt nach der AP den Schützen rausziehen. Ah ja. Auf der AP den Schützen raus. Nur am M4. Das ist nicht so gut. Das ist ja da. Oh, das ist ja da. Was ist das? Was ist das? Alter, eine Flange, Knorpel! Nicht mal eine Flange! Boah, und in die Seite von dem Sherman reicht's mir, ey. Ich lach mich, ich lach mich so tot! Also immer wenn ich im Panzer viert bin, dann ist der Papa. Doch, Menschen weg mir, ey! Ey, komm mal frei! Ich krieg nicht mal einen Geldpunkt weg! Leute, das ist nass! Ich krieg dich noch aus der Flangenzone raus, sonst krieg ich nicht mal einen Punkt, ey! Ich krieg dich noch aus der Flangenzone raus, sonst krieg ich nicht mal einen Punkt, ey! Noch besser? Ja, much better! Ja, much better! Ich kriege twoDIA ten bach ich empfehle dich die Arbeit Ach komm, das ist doch schön. Okay guys, things I have. Better when you try to get wind back. I don't know. 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 Okay guys, flag is going down. I don't know. 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 Der steht mit dem Busch beim, 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 dort. Achso, den Schott für meine Sprache. Der Lied wächst auch hier rein. Wir können das spielen, nur mal. Ach komm, das geht doch! Schleckt so rum, dreht sich schon mit dem Busch, oder? Ja, das ist gerade. Das ist mit einem Schuss weg. Merci! Merci! Meine Stuck 4 hat letztens aus, ja. Aber die Stuck 3 ist so vorne. Ja, aber aus einem übelst beklappten Winkel. Da war der Fall. Ja, da fängt die Abkase. Ja, da fängt die Abkase. Ja, ja. Aber die Potelei sind da. Da regeln mich. Der Ecosider fahren ungefähr Delta 3. Kommt mein Sperr an, wenn du Stuck, das ist mein Problem. Den Panzer 4, das war auch bei uns auch zu gut gesehen, dass ich so nah da rangekommen bin. Dann fängt die Abkase. Und dann fängt die Abkase. Danke. Das ist ein Prisader. Irgendwo an der Windmill. Ich bin das erste Mal tot jetzt. Fühlt sich kacke an. Weißliche Einheit gesichtet. Weißliche Einheit gesichtet. Weißliche Einheit gesichtet. Oh, da steht was. Weißliche Einheit gesichtet. Ob das wird, ne? Kommen wir später nochmal. Na rein. Weißliche Einheit gesichtet. User disappeared from your channel. Feindliche Einheit gesichtet. 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 Ja, so schön. Junge. Kraft für unsere Panzerhahn, Mann. Feindliche Einheit gesichtet. Feindliche Einheit gesichtet. Feindliche Einheit gesichtet. Das ist ein ganzes Wettbewerb. Ach, ey, da kommt es wohl, das geht nicht anders, manchmal. Oh, wie blöd muss man sein. Ach, ey, da kommt es wohl, das geht nicht anders, das geht nicht anders, das geht nicht anders. Komm, fick deine Mutter, du Penner. Lange nicht mehr so ein schlechter Team hier am Ende. Lange nicht mehr so ein schlechter Team hier am Ende. Lange nicht mehr so ein schlechter Team hier am Ende. Untertitelung des ZDF, 2020